Ja, ich würde mal sagen, alle, die ein Auto haben, holen die Autos da vorne hin. Danke. Und der Gäste, der kann doch mal fragen. Ja, da bin ich sehr dafür. Ich habe nämlich Angst um mein Auto. Die sahen mir nicht so feuer aus. Die sahen so aus, die Autos, als könnten die nochmal zu brauchen. Da hinten ist eine astreine Stelle.